Das Gerät wäre so eine Marke für mich, muss ich sagen. Schickes Zweibein, schön schwer, aber leider auch noch 1,4. Jetzt mache ich das mal hier wieder reinbammeln. So, schönen Klappschaft. Mit, was ich bei mir natürlich bei der L96 auch erwähnt habe, Zweibein. Ich habe jetzt hier keine Ahnung, wie man das ausklappt. Ich möchte hier nichts kaputt machen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch immer so ein bisschen rabiater. Schickes Modell, gefällt mir sehr. Ja, aber wie gesagt, mit 1,4 Joule müssen wir nicht drüber reden, ist wie Striker. Aber vom Modell her, klar, ich würde es mir kaufen. Meine Freundin würde mich wieder umbringen und ich würde wieder nichts draus lernen, aber das ist egal. Scheint hier mehr die klassische Variante davon zu sein, als auch die Gars. 1,8 Joule ist jetzt annähernd da, wo ich sagen würde, ja, könnte man in die Sniper-Richtung mitgehen. Klassisch, stilvoll. Eine Überlegung wert, wenn mich meine Freundin nicht erschlägt, was mich jetzt mal interessiert an einer Sniper-Richtung. Nein? Ja. Da nicht ein Film, das ist ein Bulber-Bachung. Gar nicht! Nimm das weg! Nimm das weg! Fuck! Was? Da hat jemand... Irgendwie... Nil! 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 Nil will was! Was will er? Lass mal gucken! Du bist so dick!